Ja, willkommen bei Rollercoaster Tycoon World. Alle Jahre wieder begrüße ich euch im Loading Screen. Ich kann euch in dieser Woche leider auch wieder mal nicht mit einer neuen Folge dienen. Es tut mir echt leid. Gerade da die Serie so gut bei euch ankommt, ist es jedes Mal eine Qual, wenn ich in diesem Ladescreen hänge. Inzwischen ist es sogar so, dass ich auch keine Sicherheitskopien mehr laden kann. Den letzten Spielstand von der Woche davor, den kann ich nicht laden. Ich habe jetzt wieder mal eine Stunde rumprobiert, keine Ahnung, woran es liegt. Und ich packe euch heute mal meinen Link oder mein Savegame in die Videobeschreibung. Vielleicht kann einer von euch das mal ausprobieren, ob ihr meinen Spielstand zum Laden bekommt. Jedenfalls, es tut mir wirklich leid. Ich warte erst nochmal auf den nächsten Patch. Und wenn sich dann noch nichts ändert, dann fangen wir vielleicht einen neuen Park an. Ich habe auch rumprobiert mit hier meinem Content vom Steam Workshop und da alles rausgeschmissen, was ich da abonniert habe. Aber auch das bringt leider keine Änderung. Es tut mir leid. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Woche bei Rollercoaster Tycoon World. Hoffentlich. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.